so kurze Info meine lieben um ja auch Raptor von YouTube bis jetzt ab sofort auch auf Facebook um zu erreichen den ganzen Ding gibt es hier schon mal gleich noch um YouTube zu sagen unseres im Tor Infovideo werden nicht mehr ja was los YouTube so gehen wir rein man sieht hier und zuvor um muss immer so messen muss es irgendwie noch hinzufügen oder noch mal kurz bearbeiten neuer Link hinzufügen benutzerdefinierte Link zack einfügen Facebook hinzufügen nur mir Facebook sehr gut könnte hier reichen um ich würde mich auf dem der vier auf dem like freuen sie denn natürlich wieder alles rundum ja meine Let's Plays um ein paar allgemeine Sachen ein paar Infos die vielleicht da nicht erscheinen werden ähm ja gut dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder ich mach mich aufs Aufnehmen dass ich euch wieder was bieten kann vor allem Fußballmanager 12 weil trotzdem ja bald rauskommt ich freue mich riesig drauf und macht's gut haut rein dann 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 dann